Bevor du das rauskriegst, Chippie, rutschen wir zwei zusammen. Zeig kannst du mir also auch? Da geht's vielleicht noch ein bisschen unweidlich. Schau hin, da steh ich mich noch nicht blind, da steh da. Was ist denn los? Da ist da überhaupt nix. Chippie, mach dir keine Mühe, der Leo kann mich wieder sehen. Ganz gruselig, sagst du. So viel Dinger bin ich nicht gewohnt. Sie ist gewiss hin, so wie die Morwirtin. Ich hoffe ein bisschen mehr. Wie meinst du jetzt das? Ja, trau dich mal um. Hast du dich ausgestopft? Mit so ein Schiff auf den Ort? Und dich aufgestempft? Nein, es ist ja gespenst. Gespenst! Gespenst! Ich hab mir auch noch ein bisschen, mal gleich die Hosen rein. Das ist ja ein äußerst ungünstiger. Ihr habt's ja keine anderen Zeit vertreibt! Dann geht's nur! Wenn wir gewusst hätten, dass wir uns wiedererseits hätten, dann geht's mir sicher nicht. Ja, wie's nennt. Also so, ich komm jetzt nicht mal her, also irgendwie ungereg als Gespenst. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Sehr witzig. Ist euch Angst denn schon wieder vergangen, Herr? Was ist jetzt da so gespaßig? Na ja, wir haben gewohnt. Wenn wir mehr verdienen, dann geht's uns besser. Und jetzt sind wir nen Untotenbraucher als Haustier. Nach dem Motto, tausche Armut gegen Heimschlo um. Ja, gleich gleich macht rein. Der war gut. Hast noch nicht Probleme, Klo. Leg dir noch einen Hausgeist zu. Ich find das überhaupt so nicht lustig. Doch, das ist sogar sehr lustig. Ist die Wirte wieder kalt, hat's am Vortreis, ich werd' nicht alt. Ja, was auch mal hab' ich noch. Nein, nein, das ist ein guter. Jetzt pass' auf. Beitel-Fefi ist jetzt tot. Hardest-Fiest-Von-Odle-Code. Beitel-Fefi-Fatsch. Du hattest mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich eure gespaßige Runde unterbrechen muss. Aber ich glaub, ich flack als leicht da draußen im Kordreck drin. Und es war doch eine Sache, wenn es mitzubleiben dauern kann. Wann war das jetzt wirklich? Wenn ihr zwei Zipfi von Kramer euren kreislich Arsch in Bewegung setzen, dann hat's, wie mein Gesicht erbischt und mir meine Bände auflegen. Halt's mich! Anfalt, hab ich gesagt! Woher soll ich denn wissen, dass der mal Rotzerei mitkriegt? Halt's mich! Er kann, er kann uns zwar nicht sehen und auch nicht hören, aber g'spieren! Das ist ja der Spaß! Sie müssen auch das Essen haben. Das ist ja der Spaß! Du hast noch was Besseres! Du hast noch was Besseres! Ich habe mich schon mal verletzt. Ich hab ja alle Nothelfer, das geht ihm in der Stimme zu. Ist das ein Spaß, Rosa? Fass auf, jetzt geht wieder ich. Dann treibt doch einer, schau, war das mit mir. Jetzt fass auf, ich nehme den Weiß aus. Du, du, der ist hartnäckig. Pass auf, ich bin in der Halle. Ich probiere was, was Besseres. Hallo, sein ist gut, ist's nicht da, Janski. Ich bin in der Halle, ich bin in der Halle, ich bin in der Halle.